Ja, alle Leute, hier wieder euer Druso mit Let's Play Fable 2 Good Girl und wir sind hier noch beim Zackenturm und wir müssen da jetzt runter zu den Docks und da werden wir uns gleich portieren, so wie es aussieht. Und der kämpft da schon recht fleißig. Oh, ja. Was, der versinkt. Unsere einzige Möglichkeit, hier zu versehen. Was ist denn mit... Vielleicht war ich übereifrig. Ja, schon, würde ich mal sagen. Macht euch bereit. Denk, auf die Wunde zugrunden. Hahaha, seht ihr? Ja, ja. Verschwinden wir hier per Schiff. Kommt schon! Ja, bin ja schon unterwegs. Komm. Kämpf! Keine Zurückhaltung, Soldat! Also, das Hebel gibt überhaupt nichts her. Stand halten, Soldat! Oh, ja. Also, das Hebel gibt überhaupt nichts her. Wir sind schon wieder fast doof. Das gibt's doch nicht. Die hauen da rein, das ist ja nicht zum Glauben. Warum müssen wir immer gegen die Irren kennen? So. Jetzt muss ja da mal Schluss sein, oder? Das kann ja nicht weitergehen so. So, jetzt ist aber genug. Die Wumme gibt nichts her. Und die zwei, die drei, die vier. Die zwei, die drei, die drei, die drei. Die drei, die drei, die drei, die drei. 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 Und wie gesagt, die Ladesequenzen sind extrem lang. Das ist das letzte Mal auch schon so kritisch gewesen. Wie schön. Wie schön, wie schön, wieder auf dem Festplatz zu sein. Die drei, die drei, die drei, die drei, die drei. Theresa kommt, ja, und? Sehr fauler Sack, ja klar. Na schau, oh, gut. Ja, dafür, dass wir jahrelang weg waren, ne? Okay. Gehen wir Theresa mal Bericht erstatten, was die letzten Jahre so vorsichtig ging. Dein flauschiger Freund kommt seit einer Woche her. Er wusste vor mir, dass du als Siegerin zurückkehrst. Zehn Jahre. Willkommen, Freund. Du hast es geschafft. Garth, ich grüße auch euch. Ein Empfangskomitee? Ihr steht im Weg. Tretet zur Seite. Ihr wisst viel über das alte Reich, auch, dass ihr den Turm nicht allein zerstören könnt. Wir haben dasselbe Ziel. Ich will nur, dass ihr euch anhört, was wir euch bieten. Ich höre euch an, kann aber nichts versprechen. Ich begleite Garth. Hammer ist im Gasthof von Rookridge. Geh zu ihr, bevor wir weiterreden. Sie wird überglücklich sein, dich zu sehen. Oh, das wirst du brauchen. Hm, die alte Ausrüstung. Ja, cool. Nehmt meine Hand, Garth. Wir haben viel zu besprechen. Ich habe wohl keine Wahl. Nö? Ja, nimm die Hand. Du bist berühmt genug, um böses Lachen zu nutzen. Ja, böses Lachen brauche ich nicht unbedingt. Der Held des Willens. Ihr konntet endlich den Held des Willens rekrutieren, aber zu einem hohen Preis. Zehn Jahre sind im Turm vergangen und Lysian weiß, dass er einen neuen Feind hat. Belohnung 5000 Ansehenspunkte. Kaputtes Turmhalsband. Okay, als Trophäe. Ja, erledigt. Gut, dann schauen wir jetzt noch kurz zu Hammer. Und sollten uns auch gleich einmal ausrüsten. Das Kalistor. Treffen Hammer im Rookridge Gasthof. Wir essen dann mal weniger Zeit. Die Läden sind bis morgen zu. Es wird schon Nacht, ja. Die Läden schließen jetzt! Und was ist da jetzt? West Kalistor. Da müssen wir trifft Hammer im Rookridge. Das können wir gleich machen. Und Entwicklung in Westlief. Das machen wir dann auch noch gleich. Da treffen wir sicher wieder Barnum. Okay. Ich mache hier nur einen kurzen Schnitt und ziehe mich um. Also Tosita zieht sich um. Und dann machen wir gleich weiter. Bis gleich. Ja, aber vorerst, denke ich mir, entwickeln wir Westlief, weil Barnum ja unsere Hilfe braucht. Wir müssen zu ihm zurück. Und während 5000 investieren. Noch eine Frage zu dem Game. Jetzt sind wir 10 Jahre weg gewesen. hatten ja vorher schon Wohnungen und Geschäfte vermietet. Und haben schlussendlich aber dann nur 25.000 Geld mitgebracht. Wo ist das ganze Geld hin? 10 Jahre, das müsste ja viel mehr sein. Die haben das sicher nicht auf ein Treuhandkonto gelegt. Egal. Wir werden da kurz einmal nach Westlief und zu Barnum reisen. Großer Fan. Ich habe mich da mal so gut, es ging umgezogen. Wir brauchen noch einen Friseur, der uns eine Extension anmacht, damit wir was zugleich schauen. Und mit der Hauptfest machen wir dann nach Barnumsentwicklung weiter. Schauen wir mal, was der von uns will. Und ja, Westlief, 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 schaut wieder mal ganz anders aus. Mittlerweile gibt es da ja Sachen, die man kaufen kann. Da gibt es Stände. Das ist Gemischtwarenladen, schätze ich mal. Und das sind Wohnwegen. Okay. Wo ist Barnum? Barnum, komm her. Da geht es ja recht zur Sache schon, ne? Schaut euch das an. Ja, das stimmt auch. Schauen wir uns mal wieder um. Da kommen wir rein. Ne, kommen wir nicht. Egal. Da gibt es ja schon so einiges. Passt. Das sieht ja echt cool aus hier mittlerweile. Das Ding steht in Fable 3, nämlich in der Mitte von da, entweder vom Bauhaus der Markt oder von der Bauhaus der Altstadt, ja? Da muss eine Inschrift auch drauf sein. Aber wurscht. Schauen wir, dass wir zu Barnum kommen. Da gibt es eine große Kaschemme auch, den Hafen, Docks. Alles Mögliche, ja. Einen Schmied. Da bekommen wir dann die coolen Waffen, ja? Da brauchen wir aber wieder viel Geld. Eine Kutsche gibt es mittlerweile auch schon und Barnum. Ah, da ist ja meine alte Geschäftspartnerin. Hätte nicht gedacht, euch wiederzusehen. So eine Überraschung. Ja. Ihr hättet zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Alter Barnum. Habt ihr je eine so erstaunliche Verwandlung erlebt? Spiel und Spaß für die ganze Familie. Ja. Keine Kriminellen weit und breit. Wohlstand alle Zeit. Echt super, ja? Mit mir gehört alles. Selbst der Hexenkessel, die Arena der Heroen mit den grandiosen Kommentatoren. Ich habe mich auch etwas verändert. Ich habe die Fesseln des lächerlichen Thesaurus und des Tempels organisierter Business- und Intonationsjodler abgelegt und bin ein ehemann geworden. Aber genug davon. Ich habe eine üppige Menge Gold hier für euch. Eure Investition auf zehn Jahre verzinst. Hey. Ich bin euch so dankbar. Zeit für neue Dimensionen und Fluktuationen. Die Eingangsverschlusseinheiten der Welt stehen mir weit offen. Alles Gute. Ansehens-Punkte. Das werden wir dann auch machen. Aber zuerst einmal. Unser Kleiner. Komm her. Okay, Leute. Wir spielen uns da nicht lang herum. Wir schauen uns das kleine Törfchen wieder mal an. Und ich schaue, ob ich da in der Zwischenzeit noch was... Hey, die sind auch cool. Ob ich da was kaufen kann? Und beim nächsten Mal gehen wir dann zu Hammer. Okay? Leute, bis dahin. Hat sich ja alles aufgezeigt. Ein echt toller Tag. Ich rate euch zu oft. Es wird kein besser. Heute, wir sehen uns wieder in Elbion. Bis nächste Mal. Ciao.